Willkommen zu diesem Video, heute geht es weiter mit der 525. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg schon wieder ein Viertel geschafft zur 600, also es geht echt schnell voran und wie ihr es vielleicht schon hört, habe ich jetzt ein neues Mikrofon welches genau das jetzt ist, falls ihr es noch nicht wisst, das erfahrt ihr später weil ich werde auf jeden Fall demnächst ein Video bringen von meinem Setup ich weiß noch nicht genau wann oder wie, aber es ist irgendwie die nächsten Tage geplant so, neues Mikro ist angeschlossen, ich habe heute endlich das Audio Interface bekommen das war das letzte was noch gefehlt hat, darauf habe ich jetzt irgendwie das komplette Wochenende und so drauf gewartet also ja, ich war froh wo es heute angekommen ist, ich bin nur sehr glücklich darüber, dass es jetzt endlich so funktioniert und so es ist noch nicht alles ganz eingestellt, aber ich habe erstmal so jetzt, also soweit erstmal sollte es alles ordentlich klingen ist alles gut eingestellt eigentlich schon mal soweit, ich werde nochmal ein bisschen rumstellen und so ich gucke nochmal, dass es noch besser einzustellen geht, weil klar man kann eigentlich gefühlt immer noch irgendwas besser einstellen das geht eigentlich immer und da gucke ich halt noch ein bisschen rum ich meine, ist ja jetzt auch ein neues Mikrofon für mich und muss ich mich natürlich auch erstmal noch ein bisschen gucken, was es so alles für Einstellungen gibt, weil ich habe bei weitem noch nicht alles angeguckt was es da für Einstellungen gibt, sondern nur mal so ein bisschen, ich sag mal an der Oberfläche gekratzt so, auf jeden Fall geht es wieder los hier, wir sind ja erstmal auf dem Account, wir wechseln natürlich dann gleich rüber und werden auf dem anderen Account, also heute auf dem Main Account nochmal rüber wechseln da war ich nämlich heute noch nicht online, weil ich heute keine Zeit hatte bisher hatte nämlich heute drei Stunden vor Schule schon, richtig nice, bin ich bald auch durch, freue ich mich auch schon drauf endlich ein Führerschein, also ne, bei mir ist es schon Auto, ich bin ja schon beim Auto jetzt und, ja, da hoffe ich schon mal, dass ich das dann auch alles gleich beim ersten Mal hinkriege wäre doch jedenfalls auf jeden, wäre auf jeden Fall schön so, an dem Mikro auf jeden Fall, wenn irgendwie es einen Sound gibt oder, also ne Stimmhöhe oder Stimmlage dieses Mikro jetzt, oder das, welches ihr nicht hört ich meine jetzt beim, ich sag's mal so ich hatte ja vor dem Jahr, hatte ich ja immer mein Handy zum Beispiel in der gestrigen Folge, hatte ich ja noch mein Handy als Mikrofon und da gab's manchmal so bestimmte Tonhöhen oder so, die sind einfach rausgefallen die hast du nicht richtig gehört oder zum Beispiel, wenn ich auch gelacht hab oder so da war's auch manchmal so, wow äh, wo war ich genau, da war's nämlich auch manchmal so dass einfach Tonhöhen weggefallen sind also, ja, wie schon gesagt, beim Lachen zum Beispiel, oder, keine Ahnung wenn ich irgendwelche dummen Geräusche gemacht hab die irgendwie eine höhere Frequenz oder so waren dann sind die halt einfach mal weggefallen das sollte bei diesem Mikrofon jetzt aber eigentlich nicht mehr so sein also eigentlich müsste man jetzt alles hören egal wie dumm ich lache, egal was ich für Geräusche mache man sollte sie eigentlich hören deswegen sagt mir da auf jeden Fall gerne Bescheid weil wenn irgendwie was nicht zu hören ist dann muss ich da ein bisschen in den Einstellungen natürlich gucken so, wir gehen erstmal los wir öffnen das gratis Paket kommen heute auf die 205 Uhr Dienstmagen was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist so, einmal Holz, Fisch und Runen sehr gut wunderbar äh, öffnen wir das zweite auch gleich noch so, da haben wir das nächste gratis Paket und es gibt einmal kommt schon irgendwas Gutes Holz, Fisch und Runen wieder naja, gut ich warte immer noch auf den Premium-Außen-Gradis-Paket das wär immer was aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen gut, ansonsten hat man jetzt alles, oder? was sind denn diese drei Nachrichten im Postfach schon wieder? das ist... äh, lölöl okay, nichts und was ist Wellenwicht ja, Wellenwicht haben wir leider auch noch nicht und du bist hier Eisbrecher haben wir auch noch nicht und mal gucken erstmal ist uns dann nochmal im Training müssen wir mal gucken, wie es danach aussieht so äh, es ist ein Pass alles einmal einsammeln und dann würde ich sagen wären wir eigentlich schon soweit, oder? haben wir doch alles jetzt durch Training es müsste auch voll sein eigentlich genau hier äh, hier sind hier jugendlicher RAF-Renner jugendlicher ne, Baby-RAF-Renner äh 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 äh, Jugendlicher Dart und ohne jetzt dann einfach gefühlt komplette Familie im Training genau, war das richtig? Jugendlicher Dart, Jugendlicher RAF-Renner und hier ohne mal Jugendlicher genau, war alles richtig plus halt ohne Zahn der SSO2-Tage-Trainer ist er endlich bei 100 dann können wir hier auch mal die Reise machen für ein Premium-Paket hab ich auch schon richtig Bock drauf ich will hier unbedingt ein Premium-Paket aus dieser Reise bekommen aber das schauen wir mal das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal dann wechseln wir jetzt erstmal rüber auf den Main-Account let's go so da bekommen wir einmal wieder hier erstmal Belohnungen 500 Ruhe Bernstein wunderbar ihr seht es, wir haben 2644 Ruhen ich bin natürlich noch dabei wegen dem Premium-Paket das wird sich noch eine Weile ziehen denke ich mal weil, ja, das kostet halt doch noch fast naja ja, mehr als doppelt so viel deswegen das wird sich noch ein bisschen ziehen ich meine, ich kriege hier immer mal wieder hin und wieder 190 aber ansonsten ja, das ist jetzt ja nicht so dass ich die ganze Zeit durchgängig komplett Ruhen rankriege so, erstmal kurz der hier dann können wir hier die einsammeln um den hier noch zweimal zu füttern dann können wir hier den nächsten einsammeln und den noch zweimal zu füttern dann kann ich schon genau noch nichts einsammeln weil ich hier nochmal einmal einsammeln muss damit ist der Tagschatten schon mal ein Level höher dann kann ich den Rest jetzt einsammeln 19.000 Eisen ja, könnten wir vielleicht hinkriegen weiß ich nicht hier kriegen wir 10.000 ungefähr zusammen doch, denke ich mal wird gerade so ausreichen wir haben ja hier vorne dann ohne den, der die ganze Zeit durchgängig sammelt das ist ja kein Problem äh, ja, das ist jetzt aber ein Problem ähm, du gehst los, du gehst los dann haben wir noch den Kollegen hier der geht natürlich auch wieder los unsere anderen Holzsammler hier vorne so, da haben wir ich denke mal jetzt gleich wieder erstmal genug Holz können wir erstmal ein bisschen wieder losschicken einmal der Kollege einmal der hier für Fisch ja, wir haben eh nicht mehr viel es würde nicht reichen um den komplett hochzufüttern dann können wir hier einmal füttern dann kannst du ins Training für 800 Eisen du kannst auch noch gefüttert werden aber nicht komplett und du hier kannst aber noch komplett gefüttert werden weil du nur so richtig wenig kostest wunderbar dann kriegen wir hier noch ein bisschen Nährungszeitenstatuen mit mit äh, ihr wisst, was ich meine so, nehmen wir das mit oh ja, ein Sammlungsstück nehmen wir doch gerne mit das sieht man aber sehr, sehr gerne so dann einmal hier alles einsammeln nochmal gut, Holz können wir immer noch nicht einsammeln dann müssen wir noch kurz die Minute warten bis der hier Kollege fertig ist weil dann können wir das auf jeden Fall weil dann haben wir wieder ein bisschen was frei oder, naja, gut ich weiß nicht, ob wir dann alles mit immer doch, doch, doch müsste gehen ja, das dauert noch ein bisschen das ist noch ja, zieht sich irgendwie aber naja, gut das ist halt so mit dem Premium-Paket dafür, wenn wir das dann öffnen da kann ich auch mal einen Short bringen ich meine, es gibt ja jetzt YouTube Shorts schon seit einer gewissen Zeit und habe ich ja auch noch nie gebracht und da könnte ich das ja auch mal wieder ins also, was heißt mal wieder da könnte ich ja auch mal ins raushauen einfach nur, also klar im Video kommt es auch vor wie ich das Paket öffne aber einmal nur mal das noch als Short will sich nicht, erreicht man vielleicht noch ein paar mehr Dragons-Fans oder so kann man ja probieren oder allgemein wenn ihr irgendwelche Ideen habt für irgendwelche coole Shorts oder so könnt ihr das auch gerne reinschreiben ich meine ich denke mal mit Shorts kann man auch vieles machen weil es halt wirklich einfach nur ein Minütige oder nicht mal eine Minute ein paar Sekunden lange Videos sind da kann man denke ich mal oh was cooles draus machen irgendwie kleinen Trailer oder sowas irgend sowas oder halt wie man ein Paket öffnet so jetzt können wir den erstmal noch losschicken dann haben wir die anderen Legendären, die noch übrig sind alle also es sind ja wirklich alle Legendären deswegen das ist halt immer so ein bisschen ja das zieht sich so ein bisschen durch die Masse hier weil das schon relativ viele jetzt sind so der hier ist ohne frei 30 Runen bitte also 30 Reisen für 250 Runen so rum so du kannst noch los dann haben wir den hier noch der kann auch noch gefüttert werden also wir haben irgendwie überall irgendwelche Drachen rumstehen die wir füttern können auf dem Account und die ich dauernd irgendwie vergesse aber naja gut so der hier kann los einmal sammeln und los und dann haben wir noch den hier der kann auch los so und los geht's und weiter geht's mit dir ja wunderbar let's go dann geht's mit dem hier weiter gratis Paket hier öffnen wir aber nur eins ich meine hier brauche ich jetzt nur unbedingt zwei öffnen das wäre weiß ich nicht brauchen wir nicht auf dem Account irgendwann mal wieder eins öffnen geht ja trotzdem voran mit den übrigens Marken bald bei 11.000 dauert ohne mehr zu lange wunderbar 25 Runen äh hier haben wir nochmal was fertig na der hier ist ohne aus dem Training zurück den hab ich ohne berührt seitdem den können wir jetzt mal hier antatschen tada und dann kannst du uuuuh 6 Milliarden Fisch ungefähr und dann ist der auf Level also auf maximal Level das ist doch schon mal schön so du kannst wieder los dann wen hatten wir vorhin für 19.000 Eisen hier gesehen wer war denn das wir hatten warte du warst das ne die hier oben waren es allgemein ne der Tagschatten genau der war das 19.5 gut das haben wir aber gleich zusammen das dauert ja nicht mehr lange dann kann er nämlich ohne ins Training da bis dahin können wir erstmal kurz die losschicken so ne hier gehen wir nie auf Ruhen also man könnte natürlich jetzt ein Premium äh Premium ne Grades Paket hier bekommen in der Reise aber wir gehen trotzdem nicht darauf weil ja unwahrscheinlich weil ich hab halt auch nicht alle Sammlungen voll deswegen ja sieht sich das oder wär ein bisschen anstrengend sag ich mal so oder unwahrscheinlich dass ich das am Ende auch bekomme so hier gehen wir noch ne rein wir gehen jetzt erstmal kurz noch das hinnehmen dann können wir nämlich den losschicken wunderbar dann können wir hier den Rest einsammeln da kriegen wir schon die nächste Belohnung sehr nice auf wöchentlich einmal hier nochmal 50 dazu dann Belohnungen sammeln wir das Radpaket ein und es gibt Holz Fisch und einen Taifumarang wunderbar aber den brauche ich nicht den kann ich freilassen dann haben wir noch eine neue Aufgabe fertig nochmal eine tägliche die bringen uns jetzt leider nicht so weit aber naja gut und dann sind wir hier schon bald bei 3000 na gut gehen wir hier rein hier kriegt man jetzt nichts ok wöchentlich 30 Sammelgegner Eisen mit 10 verschiedenen Drachen Fähner 3 10 mal Fahrt ok das dauert ohne eine Weile ok und hier ohne Zahn Erkundungen dauert noch ein bisschen denke ich mal ja das ist gut kriegt man so jetzt erstmal nicht so leicht wieder hin gut ansonsten haben wir hier jetzt noch jemanden der irgendwie gefüttert werden kann ja du kannst gefüttert werden es reicht sogar wunderbar auch nicht mehr so oft dass es ausreicht ähm den können wir ohne fertig füttern dann kannst du ohne ins Training nee doch doch nee 86 ach Gott wenn ich selbst zum Lesen zu blöd bin äh jetzt kann er aber los nee nicht freilassen das will ich nicht los geht's da bist du bald auf 107 sehr schön jetzt mit dir hoch voran ansonsten muss ich allgemein hier mal komplett durchgucken wen ich hier so mal trainieren möchte ich habe nämlich sehr viele Drachen hier drin also ja das sind ganz paar ich weiß sogar nicht welche welche Prämien drachen warte welche Prämien drachen habe ich hier doppelt premium premium ich habe doch bestimmt irgendwelche doppelt vielleicht auch nicht nee gut hier nicht aber allgemein habe ich auf jeden Fall welche doppelt ähm einmal im Besitz so und zwar haben wir hier inkognito Mammutbrut gut nee hier hier geht's los wen haben wir doppelt wen haben wir doppelt wen haben wir doppelt also wir haben auf jeden Fall äh Sturmbringer doppelt das weiß ich ja aber sonst gar keine mehr oh gut scheint so scheint so als hätten wir sonst gar keine mehr okay gut dann haben wir hier nochmal Fisch okay damit können wir bestimmt jemanden füttern oder 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 ich denke mal schon gut du kannst nicht ins Training weil Training voll ähm haben wir das für das andere Training noch du könntest noch gut da fehlt uns das Eisen gut äh da kannst du aber nochmal Eisen sammeln ansonsten die hier vorne sind ja alle 175 außer der hier hier geht's dann weiter aber die brauchen halt alle jetzt Eisen und so viel Eisen haben wir halt gerade nicht aber naja gut ich bin ja mal gespannt wenn dann das nächste Update mit dem nächsten großen hier Dings rauskommt hier naja neue Wikingerzahl wäre auch mal geil wieder wenn da mal wieder das kommt und das fände ich auf jeden Fall toll oh hier das hier also wieso sind denn die ganzen Drachen hier das sind alles nur Beschützer aber die bringen mir dann nichts ich meine die einzigen mit denen ich echt Damage machen kann sind die hier ich meine die die hauen ordentlich rein die machen ordentlichen Schaden das ist geil so wunderbar und 1,2,3 sehr schön ja aber haben wir ja schon gewonnen eigentlich ist ja kein Problem mit Sturmschneid also Sturmbringer easy easy die drei Schlüssel wir haben nicht mal ein also doch wir wurden einmal abgeschossen aber ansonsten halt drei Schlüssel lässt man sich auf jeden Fall schmecken gehen wir mal öffnen so da gibt es erstmal hier okay was war das gerade also bei mir hat es gerade geflaggert ich weiß nicht ob man es im Video sieht ich glaube es nicht aber okay gut oh das ist natürlich richtig geil das ist geil haben wir nämlich hier die nächste Belohnung noch fertig kriegen wir nochmal 250 Odins Zahnstocher auch sehr gut kann man ich habe jetzt warte mal was will ich mir eigentlich kaufen auf dem Account wir wollen uns ja was wollen wir uns denn holen Riedwacht nee Dämmerböe nee doch Dämmerböe 6,5 das dauert noch ein bisschen naja gut Spiesellauf habe ich hier ohne hier war ich natürlich mal eben mal drinnen das heißt ich kriege jetzt noch einmal den Aktionspunkte Beschädeniger und eine Frucht der Weißen ansonsten gehen wir wieder raus und gehen einmal oder warte nee 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 wir gehen da nicht raus weil das sind 50 Ruhnen am Anfang die wollen wir natürlich mitnehmen also bei den 50 Ruhnen sehe ich mich natürlich weil wunderbar nehme ich gerne mit habe ich nichts gegen wir haben einen Gegner das sollte denke ich mal kein Problem werden denke ich zumindest mal schauen so einmal den holen wunderbar nochmal normal und nochmal normal let's go dann geben wir einmal Schwäche und damit ist er weg jetzt gehen wir auf den Kollegen hier greifen wir erstmal wieder normal an dann greifen wir nochmal normal an und ja so so dann einmal eine Schwäche geben sehr schön nochmal normal angreifen nochmal normal angreifen so dann das hier wunderbar und jetzt holen wir uns den komplett weg würde ich sagen sehr schön haben wir gewonnen kriegen 50 Ruhnen das klingt natürlich wunderbar so da drehen wir einmal am Glücksrad und wir bekommen 275 Millionen Viech wunderbar nehmt man doch gerne mit so und dann gibt es hier nochmal 412 Millionen Holz auch sehr gut jetzt können wir auf jeden Fall unseren Freiwald heißt er ich glaube nochmal losschicken so wunderbar einmal hier raus dann einmal Freiwald ne das ist er nicht du bist da wunderbar und schon wieder 1100 irgendwas Eisen und die ey die sammeln so schnell aber meine Holzsamler sind ein bisschen mickrig das muss ich so sagen also ich glaube die Holzsamler muss ich mich mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren weil die sind echt mickrig bei mir aber ansonsten hier fehlt nur noch ein Teil hier fehlen drei Teile okay hier fehlen zwei das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus hier auch nur mal eins ja hier sind es natürlich noch vier das dauert noch ne Weile und Holz naja gut brauche ich jetzt ne aber an der Stelle würde ich sagen wäre es denn mit mir heute in dem Video gewesen ähm ja könnt ihr mal gerne eure Meinung zum neuen Mikro schreiben meiner Meinung nach ist es soweit auf jeden Fall besser und vor allen Dingen sieht es geil aus ich mag das Ding wirklich also ich habe mich richtig gefreut wo heute das Outtier Interface angekommen ist auf jeden Fall würde ich sagen dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao ciao Leute bis dann 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 bis Vielen Dank.